Mit seinen über 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört die Marcel Fischer AG zu den leistungsfähigsten Malerbetrieben der Nordwestschweiz. Hohes Know-how, Innovationskraft und langjährige Erfahrung sowie auf den Kunden zugeschnittene Dienstleistungen machen uns in beiden Geschäftsbereichen Baumalerei und Industrielackierwerk zur ersten Adresse. Die persönliche, flexible Kundenbetreuung ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. Wir sind Ihr Partner für Projekte jeder Größenordnung, vom privaten Kleinstauftrag bis zum Millionenprojekt. Im Gespräch mit Bauherren und Architekten planen wir Anstriche und Beschichtungen. Je früher wir beigezogen werden, desto optimierter die Lösung. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Devisierung. Für die diversen Fachgebiete der Baumalerei verfügen wir über bestens ausgebildete Spezialisten. Die hohe Kundenzufriedenheit erreichen wir mit Qualität, professionellen Dienstleistungen und Nachbetreuung. Wir sind Ihr Partner für Neubauten, Renovationen und den Gebäudeunterhalt. Im Geschäftsbereich Industrielackierwerk bietet die Marcel Fischer AG hochwertige Lackier- und Spritzdienstleistungen. Die Nase vorn im Konkurrenzkampf haben wir dank effizienter Vorbehandlung und umweltschonenden modernen Anlagen. Als anerkannte Profis für Pulverbeschichtungen bieten wir Qualitätsprodukte mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. In unseren Nassbeschichtungsanlagen können wir dank hoher Flexibilität praktisch alle Ihre Wünsche erfüllen. Und das gilt für Groß- und Kleinteile von industriellen Kunden, Metallbauern und Privaten. Sehr geschätzt werden auch unsere ergänzenden Dienstleistungen. Wir machen für unsere Kunden die Vormontage, wir lagern Kundenteile und verpacken und versenden sie. Teamgeist und Kollegialität prägen unsere Kultur ebenso wie die stete Weiterbildung von Fachkräften und Lehrlingen, damit wir in jedem Bereich die beste Lösung bieten können. Marcel Fischragi Kunds gut, s Kund gut.